Musik Mein mit Weida, das ist heute unser Thema und wir Medienfuzzis haben uns deswegen heute eine Ikone dieser prachtvollen Stadt herausgesucht und zwar den lieben Ronny. Hallo Ronny! Woher kennt man dich? Also ich bin Ronny aus Midweider, geboren Riesa und da sind wir irgendwie nach Midweider gezogen und jetzt bin ich schon eine ganze Weile in Midweider und ja, mir hat es einfach angetan mit der Videokamera zu filmen und seitdem her bin ich Ronny TV. Was gefällt dir denn an Midweider am meisten? Also mir gefällt die Hochschule, wegen dem großen Gebäude und das schallt eben auch so schön und ja, ich habe mit meinem Kumpel, mit dem Klaas immer ein bisschen gesungen. Wo bist du denn, wenn du hier in Midweider unterwegs bist, am liebsten? Also ich gehe in die Natur und versuche Fotos oder Videos zu filmen und damit Leute kennenzulernen und ja, mit der Kamera bin ich dann eben unterwegs bei schönem Wetter und gehe auch durch die Schwane. Mhhm. Ja, der Machetto, einfach gut. Ich denke mal, in Midweider kennt jeder den Ronny, der ist so wie das Midweider-Maskottchen. Äh, ich kenne Ronny. Ja, ich bin doch ein Mensch. Danke. Ja. Wie finde ich denn geworfen? Superkerl. Amal. Jeder weiß, wer Ronny ist, er grüßt auch immer nett, sagt auch immer, dass man ein schönes Fahrrad hat oder feuert einen an, wenn man am Joggen ist. Okay, vielen Dank Ronny für das Interview. Es war sehr aufschlussreich und interessant. Danke, dass du dich uns so geöffnet hast. So originell wie ich, ist keiner. Ich bin ein origineller Ronny-TV. Tschüss. Ich habe doch Ahnung. Ich bin doch schon eine ganze Zeit im Mediengeschäft. Ja, ich muss mein Leben mehr auf Spaß machen. So ein Spaß und keiner lachen. So ein Spaß und keiner Pfefferkuchen. So ein Spaß und ich bin doch auch ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020